Es war ein turbulentes Jahr. Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich habe alle möglichen Sportarten ausprobiert und ziemlich viel geschwitzt. Ich habe vor allem beim EMS-Training einige Fortschritte gemacht, war in diesem Jahr viel unterwegs und habe mir einige Teile der Welt angeschaut. Ich habe ein paar Dinge wiederentdeckt, die ich früher immer geliebt habe und habe wahnsinnige Erfolge gefeiert. Und jetzt ist es Zeit, ein Fazit zu ziehen und zu schauen, was hat es denn gebracht dieses Jahr. Ein Fazit, ich habe mit 130 Kilo angefangen, jetzt sind wir bei 97,8. Wie bewertest du die Zahlen, die wir jetzt vom Wiegen und vom Körperfett her uns haben? Natürlich schon mal als großen Erfolg, weil 32,2 Kilo in einem Jahr abzunehmen ist wirklich was, auf das du stolz sein kannst. Und der zweite Teil, der noch ganz, ganz wichtig ist, du hast auf das, was du Körperfett verloren hast, sehr, sehr wenig Muskelmasse verloren. Und das ist extrem wichtig, weil dadurch auch dein Körper nicht weniger belastbar ist. Du bist mehr belastbar und hast trotzdem aber genug Körperfett verloren, dass du eben auf ein super Gewicht kommst. Das ist ja schon mal eine tolle Zahl. Ich merke es ja selber bei mir, dass ich eben beim Treppensteigen zum Beispiel nicht mehr aus dem Atten bin, dass mir aber was davon einfach Leid gehabt hat, weil ich habe meine Rückenschmerzen. Schwagt sich ein jeder von deinen Zahlen nieder und das kannst du auch dem verdanken, was du eben lange Zeit so durchgehalten hast. Trotzdem, dass du immer wieder einmal einen gesundheitlichen Rückschlag gehabt hast, ist echt bemerkenswert. Okay, da die Song war auch voller Erfolg, oder? Auf jeden Fall.